Familie Ostrovski ist verzweifelt. Ihr 13-jähriger Sohn Piotrek ist ein echtes Problemkind. Er ist gut in der Schule und hat noch nie in seinem Leben etwas gestohlen. Alkohol, Fehlanzeige. Was machst du da schon wieder, hä? Was ist das, Mathearbeit? Und welche Note? Wie kann denn das passieren? Habe ich dir keine Nachhilfe bezahlt? Habe ich dir die Mathehefte zerriesen? Habe ich mir so viel Mühe mit dir gegeben? Ja, und die, man macht zustande. Warte, bist deine Vater nach Hause, sie ist sowieso zu Hause arbeitslos. Also lass dir werden. Mutter Agnieszka weiß nicht, wie es weitergehen soll und schafft das nicht mehr. Man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Schafft das nicht mehr. Jeden Tag immer nur Hausaufgaben, Hausaufgaben, Hausaufgaben. Wenn es um Weiter geht, will der am Ende noch studieren. Ja, unser Junge ist gut Schule, klaut nichts. Was soll man sagen? Selbst Nachbarn, Nachbarn schon zerreißen den Maul. Die lachen uns aus. Das ist nicht mein Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Dann eskaliert die Situation. Dürft ihr vor dem Abendessen bitte noch einen Apfel haben? Apfel, ey. Apfel. Ist was für Pferde. Wahrscheinlich wächst das nicht noch. Ja. Riecht nicht schlecht? Riecht nicht schlecht? Riecht nicht schlecht. Du riechst, wie ein Mann riechen muss. Die Lage ist aussichtslos. Hier kann nur noch einer helfen. Der Musiktherapeut, Schuldnerberater und Fünf-Sterne-Koch Marek Ries Eid zur Rettung. Ja, das ist gut. Wir gehen. Bitte, 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 bitte. Der gelernte Türsteher hat eine Situation diesen Ausmaßes in seiner gesamten Laufbahn als Gerüstbauer noch nicht erlebt. Wie auch. Der nicht an ADS leidende Piotrek braucht dringend nicht ärztliche Hilfe von Anlageberater Marek. Diese Situation, die Sie mich hier bieten, das ist wirklich dramatisch. Das ist katastrofe. Das ist mein Herzes Befall, glaube ich. Das ist aussichtslos wie Stalingrad kann man sagen. Der Ferrer liegt schon in Zima, ja. Was macht die ganze Bisha da drin? Du musst alle raus Harry Potter, weißt du? Was rein muss? Fernseher, flat screen, ja. Spielekonzol. Ich hab Nintendo Play, so habe ich alles hier, ne? Kann ich euch guten Preis machen, kein Problem, ne? Ist jetzt Happy Hour, machen wir schöne Angelegenheit, ne? Aber erst mal, wir müssen Zima hier umdekorieren, ne? Sportlehrer Marek ergreift erste Maßnahmen. Die überflüssigen Schuhbücher müssen weichen. Sie werden durch ein Hightech 4 zu 3 Röhrenfernseher von Mareks Schwager ersetzt. Auch die neuwertige Brockhaus-Enzyklopädie muss einer gebrauchten Spielekonsole weichen. So soll Piotrek lernen, seine gewaltfreien Fantasien in den Griff zu bekommen. Hallo, meine Freundin. Wie alt bist du? 13. 13, super, da habe ich eine super Idee für dich, habe ich eine Maschine für dich mir gebracht. Playstation, deine neue Zuhause ist hier jetzt, weißt du? Hier hast du, nimm in die Hand, fass an wie Mann, ne? Und immer schön auf die Zivilisten drauf, ne? Frauen, Kinder zuerst, heißt das in Deutschland. Kopfschuss, verstehst du? Nächste Mission ist Afghanistan. Komm, Junge, wie sitzt du da? Da hast du doch schon was gesoffen? Das hat ja schon mal gut geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell funktioniert. Habe ich ihm richtig schönes Ballerspiel reingelegt, kriegen wir auf jeden Fall noch Kinder, kleine Bücher, wo? Schon bald trägt Mareks Arbeit erste Früchte. Stier! Fick dich! Verdammte Scheiße! Ich bin eigentlich ganz zufrieden, ne? Also das mit dem Saufen und dem Klauen kriegen wir auch noch hin, ne? Und ja, ich muss dem Piotrek noch ein bisschen beibringen, vernünftig zu reden. Weil auch in Polen ist so, dass der Ton die Musik macht. Pass auf, mein Junge, so wie mit deiner Mutter redest, ey, liebe Mutti, könntest du vielleicht die Tür schließen, wenn du rausgehst und ich hier spiele? Das kannst du nicht machen, weißt du? Du musst so sagen, ey, Alter, mach die scheiß Tür zu und zieh ab, wenn ich hier zocke. Sprich mir nach, ey, Alter, ey, Alter, mach die scheiß Tür zu und zieh ab, wenn ich hier zocke. Wenn ich hier zocke. Jawohl, gut, 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 gut. Das hast du gut gemacht. Pass auf, ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Du gehst jetzt in den Kiosk und bringst zu deinen Eltern zwei Bier und eine Schokolade mit. Dann wartet auf Mutter Agnieszka eine faustdecke Überraschung. Guten Tag, ist das ihr Sohn? Ja. Ihr Sohn hat eben unten am Kiosk versucht, Bier und Schokolade zu klauen. Die Familie Ostrovsky ist überglücklich. Passen Sie mal ein bisschen besser auf Ihr Kind aus? Ja. Der Speditionskaufmann Marek hat der Familie neue Hoffnung geschenkt. Wir wissen nicht, wie Marek das gemacht hat, aber wir sind überglücklich. Ich habe wieder Hoffnung in mein Herz. Danke. Danke. Vielen Dank.